ich muss ja mal ja ein sprengsatz das geht mal weg und ich weiß nicht ob ich irgendwann getötet aber keine ahnung ich hab's nicht gemerkt aber es hat der boss gerade ich habe ihn gerade zu tode gekloppt ok ok sind eine menge sachen haben liegen also ich nehme an ich habe die alle getötet da ist der dicke der dicke dicke ich habe ihn das ist jetzt kommen da soll er noch leben der dicke ja die sind auch jungen den typen keine ahnung sie sehen die idee habe ich gesehen der andere typ ist gegen gerannt da schreibt mir jetzt gesicht man bleiben sie stehen er liegt und noch ein bisschen mehr treten 1000 fähigkeitsbunkel 1000 fähigkeitsbunkel geil ich habe immer noch keine ahnung wo wir lang müssen ja hier hoch wir müssen auch nicht die tür aber wir können mal gucken was hier ist denn hier der wiese sehen ist hier nicht da ich kann ich hier hochstecken los auch mit dir und rüber da können wir wahrscheinlich gar nicht die tür auf man okay ich schiebe oder sollte helfen schiebe einfach kopf ist einfach runde geplumpft einfach so da kommen ganz schön viele ja glaube da ist es zeit für die schroffende ja die tür ist von der anderen seite zu muss die für mich aufmachen warte ich helfe dir warte ich bin tot warte ich bin leicht da ja ich habe den gegessen okay hatte ich habe eine idee so will ich jetzt schon seit beinahe zwei stunden daran online sind wir schon immer schon wieder hier aber ich habe noch die schrottflinte ja das müssen wir werden einen kollegen da liegen glaube ich wir können überspringen okay gehen wir weiter gehen wir weiter gehen wir weiter ja damit da habe ich ein paar erwischt ja eigentlich da kommt es aber gleich wieder ja bestimmt was sollt ihr eine kollege ja den holen wir das war ich habe fast keine munition mehr ich habe auch noch 10 schuss kann ich auch mit messer platt machen habe ich mit messer den kopf abgeschnitzt warte erstmal soll explizieren das fast sich gerade ja da auch so weit mal bevor ich jetzt darüber gehen manchmal den hier dann war warte moment ich muss ja da hoch ja ich muss dich ja rüber schicken dann kannst du kannst du mich unterstützen genau natürlich erst mal kaputt waren mit dir ja und rüber okay ich war da bist du aber ich gekommen warum ist einer ich habe den einen noch ich habe irgendwie schon da ist noch einer auf der treppe glaube ich ich sehe nicht was du hast jetzt sind wir schon alle gezündeten ja also eigentlich kann da nur ein platzieren so was hat geschieht mal so der ist weg da kommt noch welche vielleicht da nur kurz geduld ich habe fast keine pisse was ist mein zweiter so sammeln mal das ganze zeug ein 1 1 1 1 1 1 1 bis holmann ich habe fast keine pistolen moni mehr ich glaube ich kann ja auch nichts geben ja ich glaube nicht ich kann nicht nachwerfen wird bestimmt hier irgendwo doch pistolen munition finden ich kann eh nicht geben moment warte nein ich kriege damit rüst am besten dein besser aus ich habe kein messer auch du hast kein messer ich habe ein schrotgewehr so ein schlechtes ach so das ist sowieso schon bessere waffen als echt das ist ein fass erhalt ist kein fass oh mein gott wir müssen wir ganz sicher war eben kein ding noch noch mehr wird schon wieder peter naja schon wieder so einer ich kann kombinieren wo ist der schrei als gott noch ein schrei als das neue sein sie wieder ruhig stadt genau da ich stand genau da gerade in dieser ecke so ich gehe von der seite wenn du bist der stadt da ja ich war neue strategie auf ich den leuten da helfen wir machen mal den ja keiner sollte ich helfe ich sammle mal kurz als ein ich gehe ich weiß ich wollte gar nicht wo man hier sicherheit gesagt nein da wollte ich nicht brauchen weil das in dem leben da drin ist das aber gar nicht abgeschossen haben schon so genau weg da lernt man fertig haben die alle ihren kursche im locker gewonnen aufgabe ich muss mich ein der schreie schon tot eine ahnung ich kriege halt nichts mit ich darf das bezieht aber auch nö aber aber die voller mir kaputt da war er mich los hier ist es sicherer ein waffenladen ich soll erst mal alles hier hinten ich wollte mich nämlich rein kurz was ich komme ja gut ich habe nämlich gar nichts ich habe gar nichts die sind einfach krankenbanken außen habe ich meinen haufen geballert nein könnte glättchen stream folge sein die ganzen waffen hier warum können wir nicht einsammeln er ist noch mal jemand auf na wo platziere ich mir mal so ein ding gehen hier gibt es wie auch hier englisch na wo sind die hier ich habe andere fenster versprengt danke da ist der kopf war ich glaube ich muss das erste hilfe spray nutzen habe ich auch vorgehalten also war er will sehr dass das einer von uns wo kann ich die ob die ganzen grenzen fernsinn ganzen sprengstoffe ab lecker auf mein gott der store aber jetzt um eine munition wir sprechen da englisch keine ahnung sind wir überwachen können wir nicht einige von denen nehmen wir so auch wir können ja auch hoch gehen sich gerade die kommen hier überall rein die springen hier rein wie die katzen warte ich sitze ich bin gerade so ich habe zuerst mal ein sprengsatz im gesetz ich bin ja gerade musik im hintergrund nein wir haben ein bisschen stehen lady gehen sie weg vom fenster steht genau davor hier wird ja jetzt ist er da reingezogen sehe ich gerade ja ich stehe noch schon hier stadt ich stand direkt vor der ja warte ich habe einen weißen licht blitz gesehen dass ein rotes kraut habe ich auch kein grünes glaube ich erstmal erste hilfe spray wo ist es ja ich habe ein rotes und grünes kraut ich habe keine zeit zu benutzen sagen wir machen guck mal im hintergrund ich werde von ihr verschwinden okay okay oh mein gott sie kannst du nicht mehr helfen sie ja keine war für mehr ich habe noch einen zünder so auf den werde ich hier platzieren kollege ja ich glaube ich tue meinen fans sind irgendwo platzieren ja ich habe meinen auch platziert aber ich finde den dreck mal ich gehe nicht dahin wo ich hin kann er war voll gerutscht da ist sie eine typ das ist ja dankeschön so viele kräuter ich kann zeigt die zu mixen ich verstehe ich hätte kräuter ich habe aber keine aber ich habe ganz viel pistolen munition hier sind so wie drin hier ist noch einer da habe ich mir alle reingekrochen der theke gesprungen ich wollte gerade schon auf die frau schießen ja wir bedienen hatte wie sie nicht man gerne kollege der steht direkt vor wie der typ der politik der kriegt kein friendly fire abschied einfach durch die durch ja ich will auch wie zum bisschen schießen da habe ich noch das ist ein rotes kraut ok ich habe ich zwölf kreuz tic tac ach so essen japaner deswegen spricht er englisch macht ja macht ja sinn also hatte ich habe noch mehr so kommt noch keiner rein aber wenn du aus dem fenster guckt man jetzt sind aber mal was so das sind denn die zombies so agil da ist ein dicker ja das ist ein super zombie gerade beide gekickt ich glaube schon alles tot war ja eine facke eine schruppe ich muss ja weg also da hinten hilfe weiter knapp da habe ich auch falsch gesagt da bin ich dran nein 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 gibt mir einen moment zeit ich kann nur rot und grün kombinieren die behälter und heilen und heilen und heilen halte haben eine fresse ist ja noch hektisch als im resident ich kann zwar noch mehrmals antippen da kannst du direkt zwei einsetzen glaube ich ja ja ich muss schnell drücken dann habe ich auch gerade getan da bist du das ist immer noch leben also ich der typ da kann auch mal ton und wir gehen wir raus ok ja wir müssen da ausweichen soll kollege mein gott daher natürlich ein das war das und das doch bist du fett macht er auch schaden ja er lang mein gott haben wir es leute auf die leute schießen die auch auf uns aufmerksam zu machen nein da sind sie ich habe keine schrubfunktion mehr achtung fertig da ist noch so ein anderer typ ich habe auch gekauft dropkick und ist tot das okay und wie macht die tür auch kollege er hat mich angeknappert ich will mich anlegen ja ich bin schon ein rein 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 das ist jetzt nicht wahr auf dem weg bei dieser alte mann weiter schnappt mir oder muss ich nichts machen das tod aber dann sind auch welche kein ticket kein service hier in dem tag danke da jetzt ja wir haben noch so ein wir haben noch so ein boss typen hier drin aber okay ich habe abgeschlossen wir haben abgeschlossen oh mein gott ja und ja da werden wir sogar bewertet genau ich würde sagen wir beenden war das spiel ja also das ist glaube ich eher stream qualität als als netz play ja wir haben jetzt so zwei stunden haben wir jetzt ja dann sagen wir fehlen für es dabei sind wir haben kapitel 1 abgeschlossen ja und ja die patienter sehen wir haben länger aber ja was aber machen ja also bis dann und schau die die wie alles wir die die Bis zum nächsten Mal.